Stay there until the next move is done. Ich freue mich auf dieses Event. Und auf den Pitch dürfen wir von so vielen wichtigen Wirtschaftsleuten unseren Case zeigen. Es ist einer der prestigeträchtigsten Awards meiner Meinung nach. Und dass wir hier als Handwerksunternehmen mit dabei sein dürfen, irrt unsere Norm und hat natürlich auch einen Effekt von der Publizität, der in der Schweiz für uns auch wichtig ist, den Heimatmarkt. Obwohl wir fast 90% exportieren. Und ich glaube, wenn wir noch gewinnen, sind wir doppelt froh. Und die Publizität natürlich noch stärker. Aber mit der Beise ist eigentlich schon mal ein Riesenerfolg für uns.